Hallo, hier ist sie wieder, die gefährlichste Mutter Deutschlands. Ja, ihr wundert euch über meine Aufmachung, was ich euch ja nie verraten habe. Ich arbeite ja so nebenbei immer so in der Weihnachtszeit noch für den Weihnachtsmann und bin da so eine Angestellte und der sagt immer, lies mal die ganzen Briefe. Ich kriege da alles nicht mehr bearbeitet. Also wir sind ganz viele Weihnachtsfrauen, die dem da helfen. Ich bin da extra noch mal so eine Etage höher auf die Wolke und da gibt er mir immer sein Buch und sagt, guck mal hier, was die Leute so schreiben und das schreiben ganz viele Eltern und der kriegt dann so Briefe wie, ich brauche dringend Hilfe, ich kann mein Kind an Heiligabend nicht sehen, weil der andere Elternteil das von mir schon seit Monaten oder Jahren entfremdet. Also da ist alles voll mit Briefen, ich kann mein Kind nicht sehen, ich habe einen Eilantrag an den Richter geschrieben, habe gesagt, ich möchte wenigstens Weihnachten mein Kind mal kurz sehen. Der Richter hat dann entschieden, okay, 60 Minuten wären möglich unter Bewachung. Also ich finde das total toll, dass die Eltern dann die Möglichkeit haben, das Gericht anzurufen und da so die Menschlichkeit dann waltet. Ja, dass dann hier zum Beispiel dieser Vater, ein Vater ist das, hat sein Kind seit Monaten nicht gesehen, der darf das jetzt für 60 Minuten unter Bewachung dann Heiligabend sehen. Vollmenschlich, finde ich echt top. Ja, dann bitte lieber Weihnachtsmann, hilf mir, mein Kind wird vom anderen Elternteil entfremdet. Dann noch ein Brief von einer Mutter, bitte lieber Weihnachtsmann, hilf mir, ich habe mein Kind seit Monaten nicht gesehen, weil der Vater das nicht zum Umgang bringt, keiner macht was. Ich habe schon Jugendamt angeschrieben, ich habe den Bürgermeister angeschrieben, ich bin trotzdem Weihnachten alleine, mein Kind möchte mich aber sehen. Hier ein Vater, lieber Weihnachtsmann, die Mutter meiner Kinder scheint mich so sehr zu hassen, dass sie alles auf den Rücken unseres Kindes austrägt. Sie hat immer wieder neue Ausreden, das Kind nicht zum Umgang zu bringen, was kann ich nur tun. Ja, das Buch, das ist nur eins dieser Bücher von diesen Hilferufen. Also die Problematik ist ja wohl, dass unheimlich viele Eltern sich ärgern über den anderen Elternteil, warum auch immer, und das auf den Rücken der Kinder austragen. Und das größte Druckmittel, was ein Elternteil gegen den anderen hat, ist ja, das Kind nicht zum Umgang zu bringen. Und da leidet natürlich der entfremdete Elternteil total drunter. Ja, und ich muss jetzt immer hier diese Briefe schreiben an die Eltern und so tröstende Worte finden. Ich habe da schon mal vorbereitet, ich muss dann immer antworten. Und die halt trösten, weil der Weihnachtsmann hat schon gesagt, immer dasselbe, er guckt sich das von oben da alles an und sagt, die Eltern rennen zum Jugendamt und wollen Hilfe haben, die rennen zum Gericht, wollen Hilfe haben, die rennen zu allen möglichen oberen Stellen, aber es hilft ihnen niemand. Ja, also wenn jemand sein Kind entfremden will und vom anderen Elternteil fernhalten will, hat der von allen Seiten Unterstützung. Ja, da werden Ausreden erfunden, ach, das Kind will nicht, das Kind will aber, oder das Kind wird so lange manipuliert, bis es dann sagt, nein, ich will auch nicht, aber wenn man dann in die Augen guckt, weiß man genau, dass das gelogen ist. Ja, und ich muss jetzt halt hier Briefe formulieren. Jetzt habe ich dem einen Vater schon mal formuliert, ja, der sein Kind nicht sehen kann, tröstende Worte. Was ist von Eltern zu halten, die Kinder den anderen Elternteil vorenthalten mit fragwürdigen Ausreden? Was denkt der Weihnachtsmann darüber? Ja, der glaubt, auf Paarebene hat der andere Elternteil wohl nicht abgeschlossen und möchte jetzt sich irgendwie rächen oder weiter Macht ausüben auf dem Rücken seines Kindes. Und wenn er sein Kind nicht zum Umgang bringt, tut er dem anderen Elternteil weh. Dass er dem Kind dabei auch weh tut, das scheint ja diesen Elternteil nicht zu interessieren. Und der Weihnachtsmann, der sagt, geh doch mal in dich, Weihnachtshelferin, was würdest du denn schreiben? Ja, ich würde schreiben, dein Kind ist dir gegeben, aber nicht um dein Ego zu polieren, ja. Dein Kind ist ein Gottesgeschenk, kein Machtinstrument. Wenn dein Charakter so schlecht ist und du von niederen Instinkten getrieben bist, Moment, da korrigiere ich mal, oder wenn du dein Kind benutzt, um deinen Ex-Partner eins auszuwischen, um Macht auszuüben, dann kannst du vielleicht andere blenden damit, ja, und so tun, als wärst du der tollste Elternteil. Du bist es aber nicht. Das ist alles nur Blendwerk. Und wenn du meinst, du müsstest deine, dein Ärgernis über den anderen Elternteil in Krieg ausarten lassen, ja, in Krieg mit Hilfe des Kindes führen, dann ist das einfach nur unterste, unterste Stufe, ja, der Menschlichkeit oder der Sozialisation. Ich glaube, jemand, der sein Kind liebt und der auch sozial integriert ist, der wird sowas nie tun auf den Rücken des Kindes, ja, diese Machtspielchen. Und dann möchte ich solchen Elternteilen noch sagen, den, Moment, den Kampf ums Kind magst du aktuell mit deinen Tricks und Manipulationen gewonnen haben. Aber den Krieg, den wirst du nicht gewinnen. Denn deine Kinder selber werden dich später richten. Und wer seinen Kindern den anderen Elternteil vorenthält, der ist einfach, darf man dazu schreiben. Ich meine, der Weihnachtsmann hat mir freie Hand gegeben, ja, ich schreibe jetzt einfach mal, weil ich denke, wer seinen Kindern den anderen Elternteil vorenthält, der ist unfähig und einfach scheiße, ja. Und auch wenn du dein Ego in der Öffentlichkeit polieren magst, Tatsache ist, scheiße kann man nicht polieren. Und da, wo Scheiße bis zum Himmel stinkt und wo es noch willfähige Helfer gibt, die an dieser Scheiße schluppern und den Geruch für gut befinden und beim Polieren noch mithelfen, beim Polieren der Scheiße, diesen Leuten wünsche ich, ich persönlich als Helferin des Weihnachtsmanns kein schönes Weihnachten und auch kein frohes Fest. So, jetzt muss ich dann noch zu Ende schreiben, die tröstenden Worte und dann, ja, muss der Weihnachtsmann noch unterschreiben und dann geht das ab. Ja, ich sag dann mal wieder, schreibt wieder ein, bei der Gefährdung der Deutschlands, ich mache jetzt noch meinen Job hier fertig, ich habe hier noch ein paar tausend Briefe, sind nämlich keine Einzelfälle, leider, es ist gang und gäbe, ja, da habe ich noch was zu tun. Also, schreibt wieder ein, tschüss.